Hello! Alles kommt von allem. Das muss man nur mal hören. Denn das eine kommt vom anderen und das kann ich gut erklären. Was braucht man zum Baden? Wie macht man einen Tee? Wie bindet man die Schuhe zu? Wo ist der große Zeh? Wie du hupen, hupen, trüten, trüten und warum? Fällt alles nur nach unten und nie nach oben um. Alles kommt von allem. Das muss man nur mal hören. Denn das eine kommt vom anderen und das kann ich gut erklären.